Eine Art Vorstellungsrunde Ich bin gerade hier und ich fühl mich sehr gesund Denn ich dreh mich im Kreis und ich rede nur scheiß Ich fang etwa lang und das ist der Beweis Ganz links ist der Michi, an der Gitarre Er ist hier da und er weiß, er hat lange Haare Was geht denn davon, da spielt er sein Solo Und ich bleib noch da und das ist die Rekton Ja, ich komme an Zweig und mir krass geflogen Ich nehme mir nur auf der Herbst an, sag sofort Was geht davon, ja bring es jetzt raus Bring es raus, bring es raus, bring es raus Oh yeah Und es geht weiter Moment mal kurz, hier Freestyle-Texte weitern Kurz, komm, schnell in meinem Gehirn Einfach nur mal so, denn ich will mich selber nicht verlieren Neben mir, ja, da ist die Fiene an der Flöte Ich bin hier und ich raus, geh raus wie ne Kröte Was geht, lach, Mann, ich greffe nur Scheiß Mach gar nix aus, die Flöte gewinnt den Preis Und es gibt noch für Leute, die wir hier gerade vorerstellen wollen Doch mir fällt es grad schwer, ich weiß schon nicht mehr, was ich soll Ich weiß nur, dass ich den Rhyme hab und drüber roll Egal, Mann, ich bin heute schon ganz schön voll Mach nix, Mann, wir haben noch den Basta Er spielt den Scheiß wirklich unfassbar krasser Oh yeah Noch mehr Ja, ja Einmal kraschen, wenn ihr sowas wie auf Klaus kennt An den Kisern zübeln, da steht ja der Mausband Was geht ab, Mausband? Ja, und einfach der Letzten hier aus der Band Falls ihr ihn alle noch überhaupt nicht kennt Er spielt hier die Drums und das ist der Band Yes, yes, das ist mein Band Ja, ja, ja Ja, 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 ja Danke, danke